Eine schöne Tasse Tee und dabei im Handpuppenforum surfen. Das wäre doch was. Ja, das Handpuppenforum ist online. Es ist ganz spontan entstanden. Die ersten Artikel, ja genau, die ersten Artikel sind auch schon drin. Dort findest du beispielsweise meine ganzen Handpuppen unter der Lupe Videos verlinkt. Das ist aufregend, ne? Ja, und dort findest du auch Anleitungen beispielsweise, wie du dir ein Display machen kannst mit deiner Handpuppe oder sogar einen Aufbewahrungsbeutel. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dort registrieren würdest, mit uns einfach Inhalte produzierst, zum Beispiel vielleicht auch Spielideen. Das wäre nämlich auch mal was Tolles, Spielideen einfach dort reinzuschreiben, die du mit uns teilst. Oder einfach auch, wenn du eine Handpuppe hast, die ich beispielsweise oder andere Mitglieder des Forums noch nicht vorgestellt haben, dann kannst du gerne auch dazu einen kleinen Artikel verfassen. Es würde uns wirklich sehr freuen. Und ich hoffe, dass diese Community des Handpuppenforums, dass sie schnell wächst. Und ja, wir viele gemeinsame schöne Stunden dort verlieben mit einem Austausch. Entschuldigung, das war der Nachbar, der gerade auszieht. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wie gesagt, wenn wir uns dort sehen würden bzw. lesen würden. Den Link zu dem Forum, den findest du unter diesem Video. Klick einfach mal rein. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute. Dein Hannes. Schöner englischer Tee.